Das Gefühl, von einem schrillen Wecker aus dem Schlaf gerissen zu werden, zerrt an unseren Nerven. Die Dunkelheit in unserem Zimmer verstärkt dieses unangenehme Erlebnis noch weiter. Kein sanftes Erwachen, keine angenehme Atmosphäre. Bis jetzt, stell dir vor, du könntest jeden Morgen auf natürliche Weise von einem sanften Licht geweckt werden, das dich behutsam aus deinem Schlummer holt und dir das Gefühl gibt, mit den ersten Sonnenstrahlen des Tages aufzuwachen. Kein abruptes Aufspringen mehr. Kein Stress, nur ein angenehmes Erlebnis, dass dein Tag perfekt startet. Willkommen beim Lichtwecker, deinem neuen Begleiter für einen harmonischen Start in den Tag. Deswegen wollen wir heute drei verschiedene Modelle von Lichtweckern aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder einen der Lichtwecker bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes und günstigstes Modell haben wir das Philips Wake Up Light HF 3505. Du kennst das Gefühl, wenn der Wecker klingelt und du aus dem Tiefschlaf gerissen wirst. Es fühlt sich an, als würde dir jemand einen kalten Eimer Wasser ins Gesicht schütten. Dieses abrupte Erwachen kann deinen gesamten Tag beeinflussen und dich müde und gereizt zurücklassen. Aber stell dir vor, wie es wäre, sanft von einem warmen, natürlichen Licht geweckt zu werden, das sich langsam in deinem Schlafzimmer ausbreitet. Das Philips Wake Up Light simuliert einen natürlichen Sonnenaufgang und bereitet deinen Körper sanft darauf vor, aufzuwachen. Keine plötzlichen Geräusche oder unangenehmes Aufstrecken mehr. Und das Beste daran, die Wirksamkeit dieses Wake Up Lights ist klinisch erwiesen. Es gibt nichts Vergleichbares auf dem Markt. Das Relax Brief Feature ermöglicht dir sogar, mit pulsierenden Lichteffekten entspannter zu atmen. Eine kleine Funktion mit großer Wirkung. Außerdem kannst du dein individuelles Aufwacherlebnis gestalten, da das Wake Up Light tausende Wegkombinationen bietet. Du kannst die Helligkeit, den Sonnenaufgangsverlauf und sogar natürliche Geräusche anpassen, um deinen persönlichen Vorlieben gerecht zu werden. Das moderne Design des Philips Wake Up Lights bringt zudem Eleganz in dein Schlafzimmer. Es passt perfekt zu jeder Einrichtung und ist ein echter Blickfang. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du den Lichtwecker auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir das Philips HF3531 Wake Up Light. Dieses geniale Gerät bringt die Sonne in dein Schlafzimmer und weckt dich auf natürliche Weise. Stell dir vor, wie sich ein sanftes Licht langsam erhält und den Raum in warme Farben taucht. Ein zauberhafter Sonnenaufgang, der dich behutsam aus dem Schlaf holt. Aber das ist noch nicht alles. Mit diesem Wake Up Light hast du die Wahl aus sieben verschiedenen natürlichen Wecktönen. Ob Vogelgezwitscher, Meeresrauschen oder sanfte Klavierklänge. Du bestimmst, womit du geweckt werden möchtest. Auch beim Einschlafen begleitet dich dieses Lichtwunder. Das gedimmte Licht und die leichten Klänge wiegen dich sanft in den Schlaf, während sich das Display automatisch dimmt, sobald es im Schlafzimmer dunkel wird. Kein grelles Licht, kein schriller Wecker mehr, nur noch Ruhe und Entspannung. Aber weißt du was das Beste ist? Die Wirksamkeit dieses einzigartigen Wake Up Lights wurde klinisch erwiesen. Kein Hokus Pokus, sondern echte Ergebnisse. Und du verdienst es, jeden Morgen erholt und voller Energie aufzuwachen. Spare dir das Aufwachen mit Schrecken. Erlebe die samte Magie des Philips HF3531 Wake Up Lights. Du verdienst es, den Tag mit einem Lächeln zu beginnen. Und dieses kleine Wunderwerk wird dir dabei helfen. Alle weiteren Infos zu diesem Lichtwecker kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, das Philips HF3651 Wake Up Light vorstellen. Stell dir vor, wie sanftes Morgenrot dich behutsam weckt und dich langsam in das natürliche Tageslicht führt. Mit dem Philips HF3651 Wake Up Light wird dieser Traum Wirklichkeit. Dieses einzigartige Gerät bietet mehr als nur einen Wecker. Es ist ein persönlicher Sonnenaufgangssimulator. Mit sanft pulsierendem Licht schafft das Wake Up Light eine entspannte Atmosphäre, die dir beim Einschlafen hilft. Du wirst von einem natürlichen Lichtwechsel begleitet, der dich sanft aus dem Schlaf holt. Kein lauter Alarm, der dich aus dem Bett reißt, sondern ein natürlicher und angenehmer Start in den Tag. Aber das ist noch nicht alles. Das Philips Wake Up Light ist mehr als ein Wecker. Es ist eine multifunktionale Lampe, die sich als Lese- und Nachttischlampe eignet. Das Licht ist dimmbar, sodass du die perfekte Helligkeit für jede Situation einstellen kannst. Dank der Schlummerfunktion kannst du noch ein paar Minuten länger liegen bleiben, während du angenehme Musik oder deine Lieblingsradiosender über das integrierte UKW-Radio genießt. Und das Beste daran, mit der Smart Touch Funktion kannst du das Gerät ganz einfach durch einfaches Tippen auf dem Bildschirm bedienen. Egal ob du Schwierigkeiten beim Einschlafen hast, eine sanfte Weckroutine suchst oder einfach nur eine vielseitige Lampe für dein Schlafzimmer möchtest. Das Philips HF3651 Wake Up Light ist die perfekte Lösung. Stell dir vor, wie du jeden Morgen von einem sanften Licht geweckt wirst, das dich mit positiver Energie und einem Gefühl der Entspannung erfüllt. Du startest den Tag erholt und bereit, die Welt zu erobern. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up to date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen Lichtwecker.